Willkommen zu sitzen bei mir hier, wenn du hörst, oh wie, oh, oh, ABK hat was hochgeladen, okay, wir reacken auf ABK, lehnt euch nach hinten, es wird wild. Verzeiht mir, ich bin noch ein bisschen, ne, ein bisschen, wiu, 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 ich bin noch ein bisschen beschaden heute, verzeiht mir. John Broke steht gerade kurz vor den 1.000.000 Abonnenten, lasst uns dem einfach helfen als ABK Army, klickt auf den ersten Link in der Beschreibung, abonniert den alle bis zum Gebtenschwert, damit er so schnell wie möglich die 1.000.000 Abonnenten erreicht. Und dazu bin ich gleich um 22 Uhr live auf Twitch, klickt auf den zweiten Link in der Beschreibung, wir sehen uns. Die Lage eskaliert gerade komplett. Beuys gehört auch dringend weggesperrt. Und egal wie sie das vermarktet, ich und sie wissen das. Und wenn ihr nicht wollt, dass ich psychisch krank werde und jemanden töte oder sonst was. Seine Ex-Frau fast getötet zu haben, aber es ist schwer sich zu kontrollieren. Und du kleinen Muttensohn, ich hab's erst jetzt verstanden. Ich find das Schlampe in dir drin, den Mutten. Sie hat mir gesagt, schreib San Diego wieder. Sowas auf YouTube noch nie gesehen. Und die haben mir meine Kinder 13 Monate nicht gezeigt. Darum lauf ich von mir selber weg. Jetzt sitzt dieser Schlampe da und erzählt, ich höre die blaues Auge. Freu dich, dass du nicht tot bist, Kappa. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass dieser Beef im schlimmsten Fall damit endet, dass eine Person liquidiert wird. Ich weiß, ich hab mit diesem Beef nichts zu tun. Aber ich bin halt ein YouTuber und Leute wollen auch meine Meinung zu den ganzen Sachen. Mein Ziel war es eigentlich, mit meinem letzten Video, bevor diese ganzen Details nochmal offengelegt wurden. Hat macht was mit dir, 100%. Auf ihn einzureden und ihn dann dazu zu bringen, zu seiner Familie zurückzukehren und im besten Fall sich irgendwie... Kianos meint, ihr geht nach Ägypten. Stimmt das? Ich habe mich heute mit ihm ein bisschen ausgetauscht und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir das gemeinsam machen werden. Natürlich müssen wir gucken, wie wir das Ganze finanziell bezahlen, wie wir das machen, wer trägt welchen Teil und wo wir was hochladen. Weil, äh, es ist halt, es ist halt, ne, es ist halt ein gemeinsames Ding und jeder will, äh, natürlich muss das korrekt, jeder muss das korrekt, sein Teil zahlen und sein Teil dann korrekt, äh, erhalten. Das ist gang und gäbe und, äh, das muss erstmal geklärt werden und dann würden wir das Ganze machen. Psychologische Hilfe zu suchen. Also habe ich ein Video gemacht, in dem ich gesagt habe, dass Mois Hilfe braucht. Danach habe ich noch... Bist du nicht reich? Kusenk, ich bin reich im Herzen. Das reicht mir. Mois auf Instagram geschrieben. Habe so keine Instagram-Story auf Englisch gemacht. Daraufhin hat er mich zwar gepostet, aber leider trotzdem noch nicht geantwortet. Denn wenn ich als ein Nichts nutze mich schon dazu äußere, dann wenigstens irgendwie irgendwo in der Hoffnung einen kleinen Mehrwert oder zumindest irgendwas Kleines dazu beitragen zu können. Weil gerade in so angespannten Situationen ist es ganz, ganz wichtig, den Täter-Motto zu verstehen, damit man am besten eine Schadensbegrenzung begeht. Und nicht direkt drauf zu treten und ihn noch weiter fertig zu machen, wenn man schon sieht, dass dieser Typ eine Gefahr für sich selbst und vor allem für die anderen ist. Und dann noch so eine Sache. Schön gesagt. Irgendwelche YouTuberInnen, die damals Koran auf den Boden geschmissen haben und damit den Boden gewischt haben. Oh, mein Koran. Was? Hey Leute, was gibt? Heute beschwören... Was ist das? ...mit dem Boden gewischt haben. Oh, mein Koran. Da sind Fleck. Hey Leute, was gibt? Heute beschwören wir... Oh, guck mich mal diese Leute an, was für eine Denkweise die haben und sonst was. Den Koran auf den Boden zu werfen oder abfällig über meine Religion zu sprechen, ist für mich genauso eine eklige Form von Gewalt. Und jetzt kommt mir nicht mit. Ja, aber den Koran hat sie damals vor ein paar Jahren auf den Boden geworfen. Okay, Mois hat auch vor ein paar Jahren diese Sachen mit seiner Frau gemacht. Ist es jetzt weniger stimmt, dass er sie letztes Jahr gehauen hat und nicht dieses Jahr? Nein, die traumatisierenden Spuren der Gewalt... Alter. Sie. Sternchen, Sternchen, Sternchen. Bak. Wallah. Sinir. Etmeyin. Beni. Hallo. So, egal was du gesagt hast, Cousin, es ist vollkommen legitim und ich dulde das. Also, jeder, der beleidigen will, heute habt die grüne Karte für diese Situation gerade. Äh, sag, sag das, was du in Hamburg gesagt hast. Birgün, Birgün, Senni... War das so, Cousin? War korrekt so? War, war, war das korrekt so? ...losen Aktionen, die hinterlassen auch ihren Namen. Ohne, und dann sehe ich irgendwelche Röntgenbildkörper, die dann anfangen bei Canbrock aufzumucken, weil der einfach nur seine Meinung gesagt hat, ihn dann versuchen, als frauenfeindlich und sonst was darzustellen. Ein Canbrock, jemand, der häusliche Gewalt am lebendigen Leibe miterlebt hat, wird dann irgendwie so dargestellt, als hätte er gar kein Mitgefühl, statt dass diese Leute über Ein Canbro... Ah. Birgün, Senni, Sikice. Nimm den mit, wie auch immer du bist. ...irgendwelche Postings machen. Hätte der Skrulls lieber mal den Orange im Orange schreiben sollen. Bruder, Moist ist komplett gepflegt und du beatst den auch noch ein kleines E-Mail-Tier-Mail an. Und auch als die Brüder von Moist ihr Statement-Video hochgeladen haben, in dem die sich drei Stunden zu der ganzen Thematik ausführlich geäußert haben, postet ein Skrulls eine Story, in der der sich darüber abfuckt und sagt, ja, das gebe ich mir niemals, drei Stunden sind die verrückten... Ha, okay, aber sich monatelang... Alter Schwede, welcher Vollidiot gibt sich dieses gelabert drei Stunden auf YouTube? Sorry, aber da musst du hart einen der Klatschen haben. Was für eine Scheiße, der redet. Unfassbar. Nur weil andere Muslime mit IQ eine andere Meinung haben und anders denken als er, sind sie keine Muslime mehr. Junge, Junge. Nehmen, auf keinen Fall gebe ich mir das. Blocke jeden, der fordert, dass ich auf das Video reagieren soll. Nur so als Randinfo. Keine Lust, diese ungebildeten Leute in den Platzraum zu bieten. ...verabfuckt und sagt, ja, das gebe ich mir niemals, drei Stunden sind die verrückten... Ha, okay. Aber sich monatelang irgendwelche Shoyoka-Videos geben, die stundenlang gehen, dafür hat man dann Zeit, ne? Und dann habe ich plötzlich gesehen, dass Mois sogar eine Insta-Story gegen seine eigene Brüder gepostet hat, in denen er genau das bestätigt hat, was ich gesagt habe. Daraufhin war das natürlich für mich ein gefundenes Fressen und ich habe auf Instagram wieder ein bisschen Fitna gemacht. Das Letzte, was jetzt noch die Brüder von Mois gebrauchen können, sind irgendwelche Nachrichten, die die Jungs fertig machen, nur weil die versuchen, irgendwie die Familie zu verteidigen. Jeder von uns würde das Gleiche tun. Babycare Army, tut mir bitte den Gefallen, geht wenigstens auf das Video von denen. Schreibt denen irgendwas Nettes dahin oder schreibt denen eine Privatnabe. Nachricht, in der ihr denen irgendwie viel Kraft wünscht. Zeigt einfach ein bisschen Anteilnahme, weil egal wie viel Beef ich mit denen hatte, habe, es ist einfach gerade eine unfaire Situation und ich wäre ein ekelhafter... Ey Garci, danke für deine geilen Knast-Geschichten, feiern uns bei der Bundeswehr-Einsatz richtig ab. Ich küsse deine Augen, SNXGXD, der Bundeswehrsoldat, der heimlich die Sniper-Munition mitgehen lässt. Ich küsse deine Augen, Bruder, schöne Grüße an dich und deine Kameraden. Habibi Wallah. Ähm. Von welcher Kaserne bist du, Cousin? Wo bist du stationiert? Warte mal, wir müssen direkt zu dir sprechen, Cousin. Wo bist du stationiert, Cousin? Komm, jetzt. Hau einen raus, Cousin. Komm schon. Komm schon. Bad Reichenhall bei den Gebirgsjägern. Ja, ich kenne das. Ich kenne das. Ähm. Ich habe da meine Musterung gehabt, Cousin. Schöne Grüße an, ähm. Schöne Grüße an Herrn Waltenberg. Stell den Herrn Waltenberg, schöne Grüße von mir. Habibi Wallah. Basta, wenn ich das jetzt so krass ausnutzen würde, mich darin baden würde, dass die gerade noch mal so richtig gefickt werden. Ich geil mich daran nicht auf und ich trete nicht noch nach, wenn eine Person schon auf dem Boden liegt. Und natürlich tun mir auch die Frauen leid, insbesondere die Frau von San Diego, die ebenfalls Suizidgedanken hatte, betrogen wurde. Aber über die keiner spricht, einfach weil sie halt gar nicht in die Öffentlichkeit geht. Denn viele vergessen, dass sie jetzt auch alleine, ohne Mann, mit einem Sohn und Suizidgedanken komplett alleine dasteht. Nur weil sie öffentlich nichts gesagt hat, heißt es nicht, dass das, was ihr widerfahren ist, weniger schlimm ist. Vergesst bitte nicht, dass es bei diesem ganzen Drama mehrere geschädigte Leute gibt. Und dass teilweise Menschen da reingezogen werden, die nicht einmal die Möglichkeit haben, sich selbst dazu zu äußern, wie zum Beispiel die Mutter von Mois. Ich muss sagen, wenn das Thema Alims Mutter aufkommt, werde ich immer total panisch, weil ich einfach ein Trauma von dieser Frau habe. Dann haben wir herausgefunden, dass Alims Eltern quasi Alim die Uhren geklaut hat. Sie wollten sie ihm nicht mehr geben. Ich weiß aber nicht, ob sie die Uhren verkauft haben oder was sie mit diesen Uhren gemacht haben. Ich weiß nur, Alims Eltern haben Alim die Uhren geklaut. Plötzlich packen alle jetzt über die Thematik aus, als hätten die förmlich darauf gewartet. Und das ist auch das Stichwort. Ich habe da nämlich so einen Verdacht und das ist nur eine Theorie von meiner Seite. Viele dieser Chatverläufe, die gerade von Mois im Umlauf sind, wurden schon vorher an viele Influencer geschickt. Plötzlich fing das Thema an, nach und nach größer zu werden. Und alle Leute kamen dann mit ihren Beweisen, die die Vereinzelnen zugeschickt bekommen haben, an die Öffentlichkeit. Ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass bestimmt Mois irgendwann zugekokst oder voll auf Drogen saß. Irgendjemand hat sein Handy genommen. Face-ID von denen den reinlächeln lassen. Mois dachte bestimmt, das ist gar nicht sein Handy. Hatte wie ein Sportstil da reingeguckt. Plötzlich wurde das Handy entsperrt und die Leute schicken sich schön. Alle privaten strengpartaubischen Informationen haben irgendwas gegen Mois in der Hand. Und dann ist das bestimmt Mois bewusst geworden und er fängt an, der Öffentlichkeit durchzudrehen. Weil soweit ich aus internen Influencerquellen weiß, war dieses Thema, dass Mois Ex-Frau mit San Diego irgendwie irgendwo was haben könnte, schon länger im Umlauf. Es gab diesen Chat, wo der San Diego dem Mois gesagt hat, dass er sich schon... Und Mois Ex-Frau kümmern möchte. Und Mois hat gesagt, dass das für ihn okay ist. Ich hab halt nur rausgefunden, dass du San Diego in Chats geschrieben hast, dass du ihn gern einlutschen würdest. Nein, du hattest schon geschrieben, so als ob du ihn eingelutscht hättest. Und wie Spaß es gemacht hat, das zu tun. Und er meinte, das war das krasseste, was er je gefühlt hat. Das war so voll ekelhaft zu lesen. Und dann hab ich mich erinnert, dass San Diego eine Woche davor meinte, ob er zu uns kommen darf. Und danach meinte er, ob er dir schreiben darf und dass er dich liebt. Und weil ich halt keine Andertaler bin und nicht wollte, dass ich ihn töten muss, hab ich gesagt, okay bro, bist immer willkommen. Dann wollte ich ihn zur Rede stellen. Aber genau an dem Tag, wo er zu uns kommen wollte, hat Anis einen Streit verursacht. Und ist abgehauen nach Gütersloh. Und das ist in der Nähe von Dima. Und jetzt hab ich so paar Chats gelesen und erst verstanden, wie sehr die beiden mich manipuliert haben. Und irgendwann später kam genau dieser Chatverlauf an die Öffentlichkeit. Und plötzlich ist Mois auf einmal durchgedreht. Wahrscheinlich war dieser Chatverlauf dann der Startschuss dafür, dass viele weitere Sachen von ihm jetzt noch geliebt werden. Und das kann auch irgendwelche Leute gewesen sein, die Mois wahrscheinlich auch verarscht hat. Oder die auch betrogen hat, weil Mois viele offene Rechnungen mit Leuten hat. Das ist klar, weil komischerweise wurden diese ganzen Sachen von Mois geleakt. Erst nachdem er nicht mehr mit seinen alten Kreisen war, sprich mit seinen alten Freunden, mit seinem alten Management. Weil ich wurde damals sogar schon von dem alten Management von Mois... Ah, das ist, äh... Das ist die Äußerung vom Management. Wegen den... Wegen der Spendensache. Ah, mein Na... Diese Dings, ja... Wallabilla, ja... Weg hier. So. Ich hasse das. Wuppe... Mois markiert. Und das wird für mich so, als hätte man damals schon geplant ihn zu ficken. Das, was Mois gemacht hat. Nämlich eine Frau zu schlagen. Äh, was für eine Frau zu schlagen. Generell Gewalt anzuwenden. Ob es ein Tier ist, ein Kind ist. Gewalt ist nie eine Lösung. Ich bin kein Fan von Gewalt. Dennoch muss ich in diesem Video und möchte es einfach von mir selber aus auch ein bisschen über die Exfrau von Mois reden. Es fing schon in den Kommentaren damals an, bevor das Ganze so richtig öffentlich war. Weil wenn die Exfrau von Mois in ihrem Statement schon sagt, dass das Ganze kein Fremdgehen war und sie nicht mehr zusammen waren und sonst was. Auch dieses Video, wo ich in diesem Auto sitze, all dem stellt es so dar, als wäre das entstanden, während ich noch mit ihr verheiratet war. Das ist aber nicht wahr. Dieses Treffen war nach unserer Trennung und das war auch kein Privattreffen von San Diego und mir, um sonst was zu tun. Dieses Treffen hatte einen Grund und da waren auch mehrere Leute anwesend, die waren auch nicht alleine. Warum geht dann die Exfrau von San Diego dahin und hält die Kamera direkt auf die Frau von Mois und filmt ihren Mann San Diego dabei, wie er mit der Exfrau von Mois im Auto sitzt? Wenn das Ganze doch schon geklärt war, die nicht mehr zusammen waren, alles gut. Okay, vielleicht war sie zu dem Zeitpunkt mit Mois nicht mehr zusammen. Aber scheinbar war es San Diego zu dem Zeitpunkt noch mit seiner Freundin zusammen, sodass das Ganze eskaliert ist. Also Mois hat des Öfteren schon gehört, dass seine Frau ihn irgendwie wahrscheinlich betrügt, hat dann früher oder später diesen Beweis gesehen und ist dann komplett durchgedreht. Und im Nachhinein wurden dann Mois weitere Sachen bewusst, die schon Indizien dafür waren, dass seine Exfrau intensives Interesse an San Diego hat. Also sie hat in letzter Zeit so ein Fetisch entwickelt, immer für ein, zwei Wochen wegzugehen, jeden Morgen. Ich habe über 13 Monate meine Kinder nicht gesehen, weil diese ... ... an Wurschen ist. Sie sagt, Sani hat gerade denselben Style wie du, merkt man, dass er sich aneignet. Und weil ich das weird fand, schreibe ich, haha, der Arme, ich setze jedes Mal neue Trends an. Ich frage mich eigentlich, wieso schickt sie mir San Diego und sagt, er sieht aus wie ich. Und jetzt heute weiß ich, die kannten sich schon früher und haben schon früher miteinander. Dann schreibt sie mir, er ist auch ein guter Freund. Er und Sani pflege deine Freundschaften. Vergiss die nicht, wenn es wieder anfängt für dich gut zu laufen. In dieser ekelhaften Zeit haben die zu dir gestanden und dich verteidigt. Ich werde euch auch gleich beweisen, dass sie San Diego vor mir kannte und es ein Plan war von denen und sie ihn schon länger kennt. Weil sie auch eine Cousine hat, die im Gütersloh liegt und ich sie oft dahin gehen lassen habe. Wie würdest du dich als Mann fühlen, Bro? Und egal was sie getan hat oder nicht, sitzt sie mit ihm im Auto und erzählt jetzt irgendeine Scheiße über meine Mutter und mein Kind. Aber sind wir mal ganz ehrlich, die meisten von euch wüssten gar nicht, wie die reagieren würden, wenn die eigene Liebe, mit der man Kinder gezeugt hat, einfach fremd gehen würde. San Diego hat ja auch irgendwelche Statements auf Instagram gepostet und man sieht in seinen Storys, dass er nur von der Vergangenheit redet. Bruder, von dir möchten wir nichts von der Vergangenheit hören. Wir möchten einfach nur wissen, ob du deinem ehemaligen besten Freund die Frau ausgespannt hast oder nicht. Anstatt Storys zu posten, in denen du sagst, dass Moist sich das Leben nehmen soll. Ein psychisch labiler Mensch, der Kinder hat, soll sich das Leben nehmen. Willst du also, dass unschuldige Kinder ohne Vater aufwachsen? Einfach nur, damit du deinen Bedürfnissen nachgehen kannst. Und was auch verstörend ist, ist, dass jetzt sogar die Ex-Frau von San Diego scheinbar auf die Kinder von Moist aufpasst, während die Ex-Frau von Moist mit San Diego was hat. Ich sag das, weil du ein bisschen abort bist, der verheiratete Frauen geklärt hat, obwohl er selber verheiratet ist und deine Mutter krank ist und auf meine Kinder aufpasst. Was seid ihr für beschissene Hundesöhne? Und was ich auch in dem Statement von Moists Ex-Frau nicht verstehe, warum so viele Infos über Moists Mutter? Die hat sich doch jetzt nicht wegen der Mutter von Moist von ihm getrennt. Oder zum Beispiel die Information über die zehnjährige Tochter von Moist. Alim war schon mal verheiratet und Alim hat auch ein Kind. Das Mädchen, das jetzt ihre Schwester ausgeben, ist Alims Tochter. Und dieses Mädchen weiß auch nicht, dass Alim ihr Vater ist. Sie nennt ihn Bruder und nennt ihre Oma Mama. Damals war sie vier Jahre alt, heute ist sie elf, zwölf. Ich weiß nicht, ob ihr das Kind mittlerweile die Wahrheit kennt. Warum wird die jetzt von Moists Ex-Frau im Internet erwähnt? Sie leakt und erzählt seitgleich der zehnjährigen Tochter von Moist, dass die Frau, die sie gerade großzieht, nicht ihre Mutter ist, sondern ihre Oma. Wenn man doch schon so eine reife Frau ist mit Feingefühl, dann sollte man doch eher diese Aufklärungsarbeit der Familie überlassen und nicht das im Internet in irgendeinem Video raushaut. Und klar, alle regen sich jetzt darüber auf, dass die Tochter von der Oma großgezogen wird und dass die Oma Mama genannt wird. Aber keinen Stürz, wenn irgendwelche Kinder zwei Mütter oder zwei Väter haben, weil die LGBTQ-Eltern haben. Wo dann der Vater Mama genannt wird und die Mama Papa. Vor allem weiß die Ex-Frau von Moist auch, in was für einer Kultur sie aufgewachsen ist und welche Sitten es da gibt. Sonst hätte sie ja nicht auf den Segen ihres Vaters gewartet, damit sie endlich Moist heiraten kann. Und dann kommen irgendwelche Kopftuch-Scheiß, die mir krampfhaft auf integriert machen wollen und sagen, Knallt die Kleine darüber auf! Was möchtet ihr euch da ein, eure Eltern sind größtenteils Cousins? Er hat mir.. Fuckt. No, einfach.. Fuckt. Sieben Jahre lang das Leben zu hell gemacht, als ich geheiratet habe, gab es einen riesengroßen Streit mit unserer Familie, weil meine Mutter nicht wollte, dass ich heirate. Die ersten Tage hatten meine Mutter verboten, Kontakt zu meiner Familie zu halten und ich sollte alle blockieren. Und jetzt überlegt mal, sie ist sieben Jahre lang durch die Hölle gegangen. Warum hat sie sich nicht einfach von Mois getrennt? Weil das Ganze eine Vorgeschichte hat. Sie selbst ist damals von ihrer eigenen Familie abgehauen und kam dann mit Mois zusammen. Sie hat sogar ihre eigene leibliche Familie schlecht geredet. Dieses, dass sie gezwungen wurde, sich nicht bei ihren Eltern zu melden, das ging von ihr aus, weil sie uns nur Schlechtes über ihre Familie gesagt hat. Aber vorher hast du die Aussage getätigt, dass meine Mutter der Grund dafür war, dass du dich drei Jahre bei deinen Eltern nicht melden konntest. Wie kann es denn sein, dass eine Frau, die Instagram hat, Fotos hochlädt, wo sie draußen ist, ein eigenes Auto hat. Wie kann es denn sein, dass diese Frau nicht die Freiheit besitzt, ihre Mutter in fünf Jahren einmal anzurufen? Kannst du mir das bitte mal erklären? Deswegen ist sie nicht einfach abgehauen und zu ihrer Familie zurückgekehrt. Sie nennt sogar die leiblichen Brüder von Mois Bastarde, weil die den Netflix-Account ihres Bruders benutzen. Ich war eingeloggt in meinem Fernseher mit Abos Netflix, das war's, mehr nicht. Ich hatte keinen Kontakt zu denen, weil sie die nicht mag und gesagt hat, sie verlässt mich, wenn ich mit denen je wieder irgendwas. Aber ich hab nicht wegen denen, sondern weil Abos mich verkauft hat für Flicks. Wieso ist Netflix von deinen Brüdern angemeldet? Ich so, weil ich kein anderes hatte. Und auf mein Handy nur dieses ist, hab's halt selber eingegeben. Die haben damals wie nichts nur zwei Passworte geändert, um mich rauszuschmeißen, diese Bastarde. Wallahi, und du kommst damit jetzt her. Das hat meine Laune scheiß. Zerstört, wie ein beschissener Fluch. Sobald ich glücklich bin, kommt dieser Bastarde in mein Leben, egal wie und woher. Ich hab ja 50.000 Euro Hochzeit bezahlt, auf der Hochzeit noch 10.000 Euro verteilt und war 20 Stunden am Fahren und hab jeden gut behandelt und sogar Tische abgeräumt. Und innerhalb von 30 Minuten ist sie von Danke, dass du uns gut behandelt hast, auch du hast meine Laune zerstört. Ich hab das Gefühl, dass manche Aussagen aus ihrem Video einfach nicht stimmen. Ich hab mir Geld gegeben, dann bin ich heimlich in sein PayPal-Account reingekommen und hab so angefangen, mir heimlich mir und den Kindern anziehen, Sachen zu kaufen und Sachen zu bestellen. Ich sorge, als ob dein Passwort mein Geburtstag ist, wenn ich jede Zeit in deinen Account rein kann. Dein Geburtstag ist mein Passwort. Musstest du das jetzt lieben? Sie besorgen jetzt ein Kleidchen und Schuhe für mich. Sie schickt mir, außer nicht. Ich brauche ganz dringend Moneten für die Babys hier. Ich werde heute nicht schlafen können. Ich will einfach damit sagen, dass Menschen sehr wohl für ihr Verhalten selbstverantwortlich sind. Ich habe bei sowas eher Verständnis, wenn es um Kinder geht. Boah! Da kann ich... Vollkontakt, den Gedank, den, 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 den... Du bist schockiert. Yeah, 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 yeah. Ich fick auf deinen Scheiß-Track für deinen neuen Scheißtrap. Ich zerfleisch dich, einfach weil du toi bist. Welcher Song ist das nochmal? Welcher Song ist das nochmal? Chat? Müsste das wohl sein, oder? Müsste... Gibt es den Song nicht im... Nein, den Song muss es doch geben, Alter. Komm schon. Weihnacht. Wer hat Weihnacht geschrieben? Bruder, geh schlafen. Ey, ich finde den Song nicht. Warum ist der Song nicht im Netz? Den muss doch irgendwo. Ich will einmal kurz... Jetzt habe ich ein Album die ganze Zeit. Ich will kurz hören, ich schwöre. Ihr wisst doch, wie ich bin. Ja, ich habe schon gegoogelt, alles gut. Ich will kurz einmal reinholen, sonst habe ich das die ganze Zeit in meinem Kopf. Ich kann das nicht, wenn ich irgendwo eine Melodie höre. Und ich weiß, welcher Song das ist, ich muss das hören. Das ist so ein beschissener Tick. Das ist so geil! Und das ist gleichzeitig wieder so traurig. Das ist so traurig, Alter. Ich höre euch, ja. Meine Fresse, Alter. Ich bin der Vollidiot, Alter. Ihr müsst euch sehr wohl verstehen, dass die etwas nicht selber entscheiden können. Aber bei erwachsenen Leuten, die ganz genau wissen, was sie tun und sogar anscheinend so reif sind, um Kinder auf die Welt zu bringen, fällt mir das ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen schwieriger. Was mich auch bei dieser ganzen Sache wundert, ist, Maestro war ja mit Mois sehr, sehr gut befreundet. Er hat auch über Mois alles ausgepackt, als einer der ersten in ganz Deutschland. Als ob Maestro nicht davon mitbekommen hat, dass Mois seine Frau geschlagen hat. Aber okay, dann hat halt der Ehrenmann Maestro nichts davon mitbekommen. Aber er hat auf jeden Fall von dem Video von den Brüdern von Mois mitbekommen, mit denen er eigentlich... Jeder meiner Freunde fickt jeden deiner Freunde, ist das, ne? ...wegen der Sache auf seine Brüder abgefuckt ist, kann man ja verstehen. Warum ist dann der liebe Maestro nicht so korrekt und macht jetzt mal ein Video oder verteidigt die Brüder von Mois und versucht denen irgendwie zu helfen? Vor allem fand ich auch eine Story von Maestro sehr, sehr unpassend, nämlich hat die Ex-Frau von Mois in ihrem Statement Folgendes gesagt. Sie hat mir ihre getragene Socken gegeben und ich sollte von allen ihren Socken mit Hand dieser Fussel entfernen. Das war eine meiner Strafen, die ich von ihr bekommen habe. Daraufhin kam wenige Stunden später von Maestro eine Story, in dem... ...eine Socke gepostet hat. Kann sein, dass das Ganze ein Zufall ist und ich das jetzt auch nur sage, weil ich Maestro nicht mag. Aber es gab damals in dem Video, was Maestro gegen Mois gemacht hat, eine sehr wichtige Szene. Da war ein Künstler von Goldman, ja? Der hat die gefilmt und die haben so Storys gemacht und die haben im Hintergrund so Ziegenlaut von sich gegeben, ja? Ist der Oberkörper frei, barfuß durch die Gegend gelaufen hat. Und dann kriege ich einen Anruf von Hatta eines Tages. Kommentar, ich komme da hin. Was ist hier gestern Abend passiert? Ärger und Beef und Leute wurden durch die Flure geschubst. Die Leute haben Angst vor Arlem. Der war seit zwei Wochen nicht zu Hause. Der schläft da auf dem Sofa in diesem Bereich, wo die rauchen. Er hat ein, zwei Stunden am Tag geschlafen. Das war eine richtig crazy Zeit. Ich gehe hoch. Arlem ist in diesem dunklen Raum, ist am Malen. Ich gehe rein. Er guckt mich an. Ich kriege Angst. Er sagt zu mir, sprich dich, ihr Hader. Er guckt mich an und sagt zu mir, okay, gut. Das zeigt mir, dass du nicht der Teufel bist. Ich habe ihn zur Seite genommen und ich habe gesagt, Arlem, guck mal, bitte, wenn du mich liebst, geh nach Hause. Und dann ist Arlem mit dem abends nach Braunschweig nach Hause. Nach zwei Wochen oder über zwei Wochen seiner Familie. Und ich kriege an dem Morgen davon eine Nachricht. Arlem ist verhaftet. Da ist wohl irgendwas passiert. Die Nachbarn haben die Polizei gerufen. Ich will aus Anstand dieses Thema nicht so groß aufmachen. An jedem Tag, wo Mäus so am durchdrehen war, hat er ihn einfach nach Hause gebracht zu seiner Familie, wo er Kinder hat. Und daraufhin hat auch die Frau von Mäus in ihrem Statement Folgendes gesagt. Dann begann die Zeit, dass Arlem öfters wieder nach Köln gefahren ist. Und diese Hatar-Tower-Zeit hat begonnen. Ich fing an, immer mehr Drogen zu nehmen. Arlem war manchmal auch einfach für ein, zwei Wochen weg und kam nicht nach Hause. Eines Tages kam er nach Hause. Er hat sich total seltsam benommen. Er hat die ganze Zeit über den Teufel gesprochen. Er hat angefangen, mich zu würgen. Er ist komplett ausgerastet. Er ist durchgedreht. Er hat angefangen, mich zu schlagen. Mein Kopf mir einfach auf den Boden zu schlagen. Er hat mich gewürgt. Und er fing an, Sachen zu sagen. In dir ist der Teufel. Ich beweise es dir. In dir ist der Teufel. Sag, sag, asheru sei la ha illa. Ich sollte irgendwas aussagen. Ich weiß nicht mehr was. Er war dabei, mich so stark zu würgen, dass ich nicht reden konnte. Ich habe kein Wort rausbekommen. Er hat mich mit einer Hand gewürgt. Und hat mit der anderen Hand das Messer an meine Kehle gehalten. Und an meine Kehle die ganze Zeit hin und her geschliffen. Und die Nachbarn hatten die Polizei gerufen, weil sie meine Schreie gehört hatten. Dann haben die Polizei ihm Handschellen angelegt und ihn auf den Boden gesetzt. Und ich habe meinen Istro angerufen. Ich habe ihm erzählt, was los ist. Er hat drei Tage hier nicht geschlafen. Der muss sich nur beruhigen. Das habe ich auch der Polizei gesagt. Dann habe ich die Polizei gefragt, wie soll ich das jetzt weitergehen? Was passiert jetzt? Dann haben die zu mir gesagt, ja, wir nehmen ihn erstmal mit aufs Revier. Oder jeder, der irgendwie feiern ist und dann voll besoffen ist, voll auf Drogen, geht doch dann nicht so direkt zu seinen Eltern oder zu seiner Familie nach Hause, sondern versucht, wenn er extrem drauf ist, bei Freunden erstmal auszunüchtern. Dass man dann die Person direkt zu den Kindern noch nach Hause bringt, ist eigentlich das dümmste, was man machen kann. Fakt. Fakt. Gar nichts gegen auszusitzen. Fakt. Wenn du einen Freund hast, der verheiratet ist oder auch nicht verheiratet ist, der eine Frau zu Hause hat mit Kindern und du weißt, dieser Freund ist gerade maximal, maximal drauf, nicht nach Hause, pack ihn, schick den Kaltduschen und schick ihn ins Wohnzimmer und sag, bleib erstmal hier. Fakt. Leute, dass wir gar nicht darüber diskutieren müssen, wer jetzt hier im Recht liegt und wenn nicht, ist klar. Jemand, der jemandem Gewalt antut, ist komplett unten durch. Aber jemand, der seinem besten Freund die Frau ausspannt, ist ebenso ein Bastard. In den ganzen alten Videos von Mois, die er mit seiner Ex-Frau gedreht hat, sah alles so aus, als würde es gar keine Probleme geben. Und das ist gerade mal erst drei Jahre her. Sie macht in irgendwelchen YouTube-Videos mit, hat sogar zu der Zeit anscheinend dann öffentlich gelogen, weil sie das alles so wie eine glückliche Beziehung aussehen lassen hat. Und jetzt macht sie Videos, wo sie sagt, dass die ganzen sieben Jahre beschissen war. Damals war sie anscheinend mit Mois glücklich, obwohl sie es doch nicht war. Jetzt hat sie was mit San Diego, ist von Mois getrennt und sagt, dass Mois scheiße war. Woher soll ich wissen, was jetzt genau stimmt? Wenn Mois immer schon scheiße war, warum hast du dann damals mitgespielt und so getan, als wäre er ein Ehrenmann? Jetzt denke ich mir im Kopf irgendwo, ja, jetzt ist ja klar, dass sie bestätigt, dass der scheiße ist, weil jetzt hat sie auch ihren neuen Freund, nämlich den San Diego. Rechtfertigt das das Verhalten von Mois? Nein. Nein. Es geht mir einfach nur darum, zu zeigen, wie schnell Menschen ihre Meinung zu ihren eigenen Gunsten ändern. Das Mois am Arsch ist, Bruder, das weiß man doch, der redet von Illuminati, macht sich das Auge auf seine Hand, nennt seine eigenen Kinder Kahpa und sowas. Bruder, was wollen wir da noch? Beef machen? Der Typ ist schon gefickt, liegt am Boden, du kannst da gar nichts mehr zerstören oder exposen. Und dann kommen noch Leute und wollen weiterhin über den Auspark. Es wirkt auf mich so, als würden die sich dann noch verschwören, um ihn wirklich in den Suizid zu treiben. Es gab irgendwie so einen Weltnachrichtenartikel und dieser Artikel wurde von dem Typen geschrieben, der San Diego's Buch geschrieben hat. Bruder, ich finde den Zufall krass. Oder so eine Blende der Kahpa, Shirin David, die dann auf die Bühne geht. Ein mutiges Mädchen hat sich getraut, öffentlich zu gehen. Leute, kein Mann erhebt seine Hand gegen irgendeine Frau. Ich will nur die Jungs sein, ihr erhebt niemals die Hand gegen irgendeine Frau. Und deswegen möchte ich, dass wir Anis heute beistehen. Das ist für dich, Anis. Nochmal, schmeiß die Musik ab. Wie wäre es wenn Shirin David das Mikrofon nehmen würde und sich stark machen würde für die Frauen, die in Palästina misshandelt werden und sogar sterben. Oder wenn sie sich das nicht traut, dann wenigstens über die Frauen reden, die von der Hamas entführt werden. Aber nein, das passt ja in der PR- Fuck. Die sogar noch Geld bezahlen würden, damit die mit Chris Brown irgendwo backstage landen können, der seine Frau demoliert hat. Fangen wir an, wenn Shirin David Konzert für Gleichberechtigung zu twirken. Und Leute, wenn ich euch sage, dass Mois Hilfe braucht, dann nicht um ihm irgendwie Rücken zu geben, sondern im Gegenteil. Um auf ihn einzureden, damit er sich professionelle Hilfe sucht. Weil das, was ich da gerade bei Mois sehe, ist alles außer ein Man in the Mirror. Wenn er in den Spiegel guckt, sieht er alles. Aber ganz bestimmt keinen Mann. Und wenn, dann sieht er nicht einmal sich selbst. Er vertraut sich selbst ja nicht mal. Geschweige denn seine eigene Familie und jetzt erst recht nicht irgendwelchen Leuten. Aber ich... Ey, hat der wirklich Lehramt studiert oder Psychologie und der will uns alle verarschen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der mich verarschen will. Der hat doch auf keinen Fall auf Lärm studiert. Der hat doch 100% Psychologie studiert. Ich glaube nicht an diese Menschen, die neben mir beten und mich verkaufen, wie in Surat al-Baqarah. Sie sagen doch, dass sie gläubig sind. Aber dann weißt du, Buddha. Und mach sie zu Moslems. Dann bin ich Moslem. Aber ihr seid keine Moslems. Ich bin nicht solcher Moslem wie ihr. Ich meine, dieser Jalus, irgendein ekliger aus dem Internet, den ich gar nicht mag, macht ein Interview mit Mois und fängt danach an, über Mois auszupacken. Postet dann eine Story, wo er genauso scheinheilig wie Shirin David auf Ehrenmann macht. Der einzigste Grund, warum ich das gemacht habe, ist, weil ein Mann seine Frau geschlagen hat, die jahrelang ihr Leben verflucht hat. Ich versuche, den Frauen, die gerade unterdrückt werden, eine Stimme zu geben. Und in Deutschland ist das immer noch nicht angekommen bis heute. Ihr könnt mich haten, so viel ihr wollt. Und ein paar Stunden später postet er einfach seinen schädigen Schrottsong. Er hat das Ganze gemacht, einfach nur, um seinen Song zu promoten, den kein Mensch hören will. Hey, ich könnte die ganze Zeit applaudieren. Ich könnte die ganze Zeit applaudieren. Bitte, bitte, bitte gib mir diese drei Minuten nochmal. Bitte, ich brauche das. Ich brauche das gerade. Gib mir diese drei Minuten, bitte. Hadith N. Hadith N. Hadith N. In jedem, der im Netz irgendwie rumschwimmt und versucht, dich zu verstellen. Ich eff euch alle am Anachalm. Ich eff euch alle. Ist mir scheißegal. Interessiert mich nicht. Hadith N. Für jeden, der sich vor die Kamera stellt und versucht, dich zu verstellen auf Krampf, damit er so schön und klar aussieht. Für die Leute, damit er gefeiert. Scheißegal, wer du bist. Jeder von uns hat Leichen im Keller. Jeder von uns hat Leichen im Keller. Aber schön auf andere lenken, damit man nicht irgendwie auf sich selber irgendwie, ihr wisst, was ich sagen will. Meine Fresse, Alter. Ich kann das nicht mehr, dieses ganze, dieses ganze rumge Jäule und dieses ganze rumge Schauspielerei und jeden am Arsch lecken, am Anachalm. Alleine mach ich hier das ganze Scheiße. Alleine, am Anachalm. Die ganzen Feministenfotzen kommen dann so an und lassen gar keinen mehr seine Meinung dazu sagen. Nur weil ich im Stream gesagt habe, ey Leute. Ma, ABK, Alter, der Bruder geht nicht dran, ja. Der Bruder geht nicht dran. Der Bruder denkt, ich will ihn in eine Falle locken die ganze Zeit, weil ich Kontakt zu Manu pflege, Alter. Der denkt, ich will ihn in eine Falle locken. Ich feier den, ich schwöre, ich feier den. Ich hab schon drei, vier Mal geschrieben. Er hat auch ein paar Mal geantwortet. Beim letzten Mal ist irgendjemand verstorben. Und, äh, Allah irhamu, Allah irhamu, Allah irhamu, egal wer das gewesen ist, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, welches Familienmitglied da verstorben ist. Aber ich, ich, er will absolut keinen Kontakt mit mir haben. Ich sag's, wie es ist. Er, er meidet mich. Obwohl ich den Typen feierhalte. Ich sag's, wie es ist. Leute, die Frau von Meus hat vieles mit sich machen lassen. Und das zeigt, dass sie kein richtiges Selbstwertgefühl hat. Warum gehst du heiraten, wenn du kein eigenes Selbstwertgefühl hast, nicht selbstbewusst genug bist und gar nichts von dir hältst? Das sind dann immer diese Menschen, die in eine emotionale Abhängigkeit gelangen, was niemals gut ist. Und genau das sag ich meinen Zuschauern, um als jemand, der immer noch auf Vorbildfunktion scheißt, gute Werte mitzugeben. Denn ich bin aus eigener Erfahrung der Meinung, dass da, wo die Emotionen anfangen, die Logik aufhört. Und das sag ich den Leuten mal, wenn ihr verliebt seid, seid vorsichtig, verliert dabei nicht euren Verstand. Ihr solltet nicht jemanden lieben und euch dabei von euch selbst scheiden lassen. Die arme Frau war emotional abhängig, die konnte sieben Jahre lang nichts machen. Ja, es ist scheiße, es ist ekelhaft. Aber am Ende des Tages könnt ihr doch nicht den Leuten einfach sagen, ja, ist doch normal, die war sieben Jahre in der Beziehung, weil sie voll emotional abhängig war und so. Ihr tut so, als wäre lieber eine Krankheit, die einfach dein Gehirn frisst wie so ein Hirntumor und du gar nichts mehr entscheiden kannst. Sie ist eine erwachsene Frau, sie trägt irgendwo auch eine gewisse Teilschuld. Weil sie nämlich durch ihr Verhalten nicht nur sich, sondern auch die Kinder in Gefahr bringt, wenn sie trotz Gewalt und Drohungen bei ihrem Partner bleibt. Oder wollte ich mir jetzt sagen, wenn irgendjemand gegen euch Morddrohungen ausspricht, euch erpresst, dass ihr dann einfach gehorchen solltet und das mit euch machen lassen solltet. Nein, ihr solltet euch niemals erpressen lassen. Ich schwöre, diese ganzen kleinen Schwestern finden Romeo und Lydia voll süß, weil die wegen Liebe gestorben sind. Und was passiert bei uns in Deutschland, am Anakim, irgendeine Frau geht mit Spongebob fremd. Und viele von uns kennen das auch, dass die eigenen Eltern geheiratet haben und immer noch zusammen sind, obwohl die sich jeden Tag streiten, aber die Mutter trotzdem noch mit dem Mann zusammen bleibt, einfach nur den Kindern zu lieben. Jedes normale Kind wünscht sich lieber eine normale, gesunde, glückliche Mutter, anstatt eine unglückliche, kranke, krampfhaft verheiratete. Und dieser Bastard in den Kommentaren, die man dann sagen wollte, der Ebi Case kommt immer voll Respekt. Voll empathielos und sonst was. Das sind genau die gleichen Leute, die wissen, dass ich meine kranke Mutter zu Hause pflege und deswegen auch mit ihr wohne. Und mir dann sagen, oh mein Gott, wie kann man noch in seinem Alter Single sein und bei seiner Mutter wohnen? Diese sensationsgeilen Hurensöhne, ihr seid wie im alten Rum, die damals nur Finger hoch und runter gemacht haben. Im Kolosseum nach einem Gladiatorenfight. Wenn ihr dann versucht, meine Worte zu verdrehen, nur weil ich nicht jede Minute ein Video hochlade, kommen mir da an mit irgendwelchen TikTok-Zitaten von mir, wo ein kurzer Ausschnitt genommen wurde und denken, die hätten mich verstanden. Ich werde teilweise schlecht bei dieser Thematik, wenn ich sehe, dass andere Frauenschläger über Frauenschläger reden und andere Fremdgeher über Fremdgeher reden. Ihr haltet bitte ganz eure Fresse, bevor ich auch noch mit euch anfange. Eber kommt gleich in meinen Livestream, das war's jetzt mit dem Video. Passt auf euch auf und bleibt... Habibi, ABK, Wallah, gib Kuss, mach nicht los. Dankeschön dafür, Kussing. Er hat einfach mal seine Meinung preisgegeben. Er ist YouTuber, die Leute verlangen das von ihm, genau wie die Leute das von mir verlangen, dass man über die Sache redet. Ich hatte gesagt gehabt, dass ich über dieses Thema eigentlich gar nicht mehr sprechen will. In Bezug auf Mois, Zeus und seiner Frau. Ich sag dazu einfach gar nichts mehr. Gestern hab ich darauf reaktet, weil Mois jetzt oder Zeus Stress hat mit Farid. Und ich hab auch eigentlich gedacht, dass er darauf ein bisschen eingeht. Hat er aber nicht, aber muss man so stehen lassen. Punkt. So, dann war hier noch ein anderes Video, das hab ich gerade zugekriegt gehabt, von der lieben Denise. Ey, bittet, ey Chat, ich bitte euch um eine Sache. Ich schwöre bei Gott. Ich schwöre bei Gott. Ich schwöre bei Gott und ich meine das genauso, wie ich das sage. Ich schwöre euch. Ohne meine Motz funktioniert hier gar nicht. Das muss ich hier ganz klar sagen. Also, bitte einmal Herzchen rein für Sino. Herzchen rein für die Denise. Herzchen rein für Amja und Herzchen rein für Abo S-Klasse. Ich schwöre euch, ohne die wäre ich aufgeschmissen. Vielen, 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 vielen Dank für eure Arbeit. Ich weiß, ich bin nicht immer gut gelaunt. Und erst recht nicht, wenn ich gerade wach werde. Ich bin ein absoluter Morgenmuffel. Und ich muss mich da morgens um 11 Uhr rumschlagen mit einem Anruf von Sino und Denise. Und ja, Gazi, wir müssen heute so machen und Gazi so und Gazi so. Und ich bin voll abgefuckt, weil ich meinen Schlaf nicht genießen kann. Weil die Motz irgendwas von mir wollen. Aber letztendlich muss ich sagen, ich liebe euch. Danke für eure Arbeit, die ihr tut. Und danke, dass es euch gibt, weil ohne euch wäre ich nicht. Bis zum nächsten Mal.